Woher habt ihr den Keller? Wir haben den Keller geerbt. Woher der Keller wirklich kommt, weiß keiner. Ich hab Hunger. Lass essen gehen, Necker. Okay, aber was ist mit den Nazis? Zwei von uns können vorfahren und gucken, ob alles okay ist. Die Luft ist rein. Da sind die Nazis. Da ist der Ausländer. Ich schnapp ihn dir. Hallo, Polizei? Digga, der ist nur alleine. Der hat gegen uns keine Chance. Der hat gegen uns keine Chance. Ein Stopp, Polizei! Lassen Sie bitte sofort den Mann in Ruhe.